Ich wollte mich noch mal bedanken bei Friedrich Röhing für die tolle Nominierung. Toll! Ich sage nur gleich, ich weiß, wo Gruschel wohnt und über den Rest reden wir noch. Okay dann, für den guten Zweck, los! Wunderbar! Und um es nicht zu vergessen, jetzt werden zwei nominiert, nämlich Markus Müller, der neue Intendant vom Staatstheater, und Professor Grausch, der Uni-Präsident, die haben jetzt viel Spaß!